aufzunehmen die ist auch repariert ja gönnt euch dann kann es mal bei Sniper wenn der Spam bringt ihr auch nicht Lilly das erkennt man im System hier ist noch ein Rucksack wer will Militärber Rucksack ja hier läuft wo die links der zweite Schrank hier vorne ich hab mein sexy Flanellhemd das reicht willst du kein Rucksack wieder oder was mach ich später ich hab ein Setsu das reicht jetzt so ich baue mir nur schnell Muni und dann es ist der Platz wieder durch ohne Knarer oder Postum und ich hab für die AR Halt vom Schuss Leute ist der Spieler hier die Spieler und tut hier die Spieler hier die Spieler mit Flitzepunkt Alter ist der Beuch drin Kommerdung Forzer Alta wo ist er wo ist er hier der ist hier unten im Keller der schießt hier immer rein der ist hinter der Tür ich bin hinten ich komm von hinten er weiß nicht dass ich hinter dem bin wartet ich treffte dich alter ehrlich ich hab nur noch einen Schuss ich hab'n was ist los du Wichser easy easy Junge danke alter ne was hat der Britney Spear gibt es krass was hat der Britney Spears Rudenspear ne Britney's diese Fotze ey scheisse man der Dings erschossen Guck mal wer da liegt man ist das wird schon geplündert ich hab' grad Waffe gehabt ich hab' alles gehabt ey easy ich seh' bloß so ich sag was ist hier los alter schießt ja einer mit nem Scheißbogen die Direktor der muss oben gekämpft haben oder so was ne ich bin der Kampel der Hose ganz normal rein ich bin oben rockt richtig ich bastel mir das mal schnell was ich bin extra schnell da oben gegangen zu gucken ob die Mann reinkommt ob schon nicht gesehen er läuft die Spasse beim Laufen alter Warte mal wieder mal das Steak fressen guck mal wie Spawner komm mal ich hab' so wie sexy ich aussehe man mit der Hose und dem Händ der Kippel hat er geschossen man alter oder nicht gesehen hat er gedacht sie auch so der G-Watt Parade kann man anders respawnen wenn man scheiße spawnt hier weißt du bescheid hier äh na we- äh 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 das passt das Ding passt voll zufitter alter äh I'm sexy and I know it soo mann ey ich bin ich mal wo bist du? G5? du bist du gleich du bist du gleich bei uns du bist du gleich bei uns weil du bist du durchlaufen musst äh guck mal nach mit dem Kompassding da wieder soll ich mal sagen das Ding ist dass der Typ mit Pfeil und Wurm mich auch noch getroffen hat als ehrlich ja ich hab' nichts getroffen ne weil er so viel schneller rumgezappelt hat das schöne Kraft hat der Knall der mich vorweg okay ja zum Glück bin ich hochgegangen weil ich konnte ihn dann von hinten bei mir sind sie gleich alle easy ja ne er muss richtig angepisst sein aber wie kam der denn denn? der muss ja an dir vorbeigelatscht sein da oben oder wat nein der kam durch die normale Haustür ich komm zu euch hab die Richtung oder er war an der zweiten Etage da war ich nicht drin okay versuch mal dass da irgendwie von mir ein bisschen was sich hat noch rucksack oder irgendwas ja ja naja wir haben schon also wieder hat schon alles dein Zeug so bin gleich da ach bist du auf der Hauptstraße schon oder wat? nee aber ich weiß in welchen Richtung ich laufen muss okay ich zerfetzt mal deine ich hab' seinen Rucksack aufgenommen und essen und trinken na eben auch fressen hab' mich da kommt was was bin ich oooooh alter ne alter ich hab' nen Kördel im Schlüpper ey weißt du ich bin ja grad am craften geht auf ihm immer die Tür auf, jo ich meine gut okay wieder verwischt sich mich aber haha warte denn heult das kleine Mädchen immer noch rum wegen den Punkten was wegen den Punkten? wieso? na hier äh warte mal ist das Game immer noch so voll mit Hackern? äh ja aber die werden auf alle Fälle gebannt hier Pepper N aber es stimmt nicht so voll wie es mal war ja es hieß diese aber es waren bestimmt 150 nein ich hab's dir gesagt 50 kosten nie 50 Krümel ich hab's halt bloß noch nicht dieses äh ja ja ungefähr was jetzt weiß ich warum ich 1000 Punkte heute verloren hab echt? so schnell gehen die alle? ja ja dann muss ich die Punkte mal ein bisschen runter setzen und das Raum dann gibt es die Musikerke auf eine Million Punkte ganz ehrlich äh Lotanik ja auf jeden Fall Konzentri es ist nicht überfütter Basement so als habe ich mir auch mal eine AR gegönnt ja nice und ich renne hier rum mit Schrot warte mal hier ist noch eine AK aber ich hab die AK-Mandasen ich hab jetzt 3 Millionen aus seinen Klamotten hergestellt ja ich hab vier Mandasen oh mein Kollege ist gestorben ich bin jetzt in der Hauptklasse das Ding ist weil er sagt ne war mein Loot und so ne von dem bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig ne weil dann siehst du oh Essen oh mein Hunger ist eh niedrig okay einmal gegessen dann fehlt schon einmal Essen so ungefähr wie konnte ich mir das Medikit nochmal herstellen ne Salzflasche wieder ne? ne mit Saline Saline hast du glaub ich aus Salz mit Wasser wofür sind die Kerzen eigentlich gut? sie leuchten schön und überdecken deinen Furzgeruch achso Duftkerzen hast du achso du wolltest eh noch romantisch und mach deswegen die Blumenhose alter äh auf jeden Fall geh mir weg hier komm her hau ab war einer hinten schon mal rengucken? ja da war alles fein drin das Problem ist die können hier oben durch die Fenster reinschießen und uns sehen halt ne? es sei denn wir stehen da vorne halt ach hier ist noch sein Rucksack ne oder? doch ich hab aufgum ach ehrlich hab ich den jetzt aufgum? den kannst du auch zerruppen ne? ja aber ich hab genug dank der Klamotten von unserer Leiche 15 Bandagen und ach hör auf alter reichlich oh wieder slackt bei ihm unfassbar biofuel in der Tasche start einfach nochmal neu ne mein slackt auch ein bisschen ich weiß nicht ob das der Server ist oder so äh wie siehts aus mit dem Bugs wurde denn mal da dran gearbeitet hab jetzt schon lange nicht mehr gespielt welche Bugs? also die Bugs mit dem Auto mit der Foundation zum Beispiel die sind noch vorhanden dass das Auto durch die Base glitscht ich denk laut letzten Patch nicht mehr ja stand da ich weiß es nicht also ich hab's nicht testen können äh ich seh einen wo? Spieler? ja in der Police Station? nein 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 der ist äh hinterm der Police Station auf dem Berg und geht in seine Base da na ok vielleicht ist das ja der Typ von grad eben holt sich jetzt Equipment und kommt uns wieder wegrotzen ja dann snipe ich den um Peter ich bin mal ganz kurz afkar ich bin jetzt bei E6 ich müsste gleich da sein ja dann ja dann und auf so bei ernst kommt auch noch so ein scheiß wolf wo muss ich jetzt genau hin ich bin jetzt bei e6 bei e6 warte ich gucke mal muss ich gleich da sein also ich bin kurz vor der stadt e6 du musstest oben bei der kirche in der nähe sein du musstest da bei dir in der kirche gleich sehen moizchen bist du noch wach lebst du noch? ja bist du auf dem rennenkörper? ja und du lebst noch? ja ja ok treppe ein ich danke dir wie geht denn so was wie lebst du denn noch? tja siehst du mal kommst du zu uns oder? wo seid ihr denn bitteschön? warte mal wir sind bei D6 ich weiß nicht wo bist du denn? äh D5 was bei D6 dann bist du da? D5 ist er wo seid ihr? D6 wir sind D6 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 dann bin ich ja gleich da ich bin ja schon bei E D6 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 ich bin zwar gewöhnt hier Kiuschner Waffenwechsel wo ich bin jetzt bei der Tankstelle muss ich jetzt lang um links zu abbiegen wenn du reinkommst da kommt ein Auto ach ne, das ist einfach nur die Grusenmucke hier ist jetzt eine Uhr muss auch ein Bild sein hast du Ego an? Kuchen oder 3rd person? ich hab Ego noch mal 3rd person? und wenn jetzt einer reinkommt dann das hier ok ich bin jetzt da muss direkt stehen bleiben warte mal ach so ich komm rein nicht schießen ja dann wird mal so stehen ja 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 und wenn dann einer reinkommt ich muss auch denken alter was sind das für Affen alter weißt du warte mal warte mal was was ich komme es auch woher war auch 3 1 3 2 3 3 das war das war das war das war das war da war es doch und abbummen gebraucht oder sie gehen bis gestorben ein bisschen später wird immer eine Kanata war das er wir uns ausbauen ach guck mal das Bullen oder was und ich stehe hier ist der Kahn bei jedem ist die auch folge gesehen Lasst es bloß weg hier, der will uns hier rausbauen, der Wichser, der weiß, dass wir hier drin sind. Achso, hier, dein Rucksack, dein Zeug ist hier noch alles. Kann ich nicht mein Zeug hier nicht wegwerfen, meine Flare und das alles. Achso, der Flare, die kannst du zünden. Kann ich meinen Rucksack nicht hinlegen? Ist nicht, ist nicht schlimm. Wenigst wollte dein FIFA-Eck. Hier, hier, erschießen wir mal mit Pfeil und Bogen. Ich will eh ins Bett gleich und dann läuft bei euch noch die ganzen Sachen von mir. Meinst du so? Genau so. Das muss ich mir im Stream angucken. Achso, du willst mit dem Engländer handeln, dass du FIFA 15 kriegst. Jetzt siehst du aus. Richtig lustig. Wie so ein Stachelschwein. Hier sind sie, hier sind die Schweine. Ist das ein Assi, ne? Guck mal, wie du aussiehst, man, Alter. Wenn wir dich mal wie Jesus ausspüßen. Ich hab keine Pfeile mehr. Warte, ich heb's einfach nochmal neu auf. Meine Tassen sind Pfeile. Ich zieh's einfach nochmal aus dir raus, schieß sie nochmal in dir rein. Noch Munition? Ich zieh's aus dir raus und schieß sie nochmal rein. So, Junge, jetzt geht's nochmal von vorne los. Meine Leichter hat die Klamotten noch an, aber Leuch bei euch hat die auch schon an. Hast du ihn gelootet hier? Noch nicht alles. Bin noch dabei. Aber der hat mein ganzes Essen mitgenommen. Liegt er hier drin? Ne, das ist noch da drin, das Essen. Ich hab nur eins gegessen. Ich hab auch noch eins gegessen. Eine Klamotten hab ich gegessen. Achso, du hast auch eine, ja. Hm, Bandagen, Biofuel. Den, den Rache, also den Werkzeugschlüssel, nimm dir mal mit? Ja. Äh, Kohle auch mitnehmen? Kannst halt überall ein Feuer machen, brauchst kein Holz mehr. Okay. Du kannst den, das heißt, den nicht wegwerfen, ne. Aber jetzt. Okay. Ich hab aber nur elf Schuss. Ich hab, ich hab, ich hab nur sechs. So, wir kommen.